Musik Zum bereits 37. Mal präsentiert das Storytelling Festival die Vielfalt des Geschichtenerzählens. Dieses Jahr unter dem Motto Growing Stories, nämlich Wachstum in all seinen Facetten. Bad Genau ist für mich eine perfekte Verschmelzung von Natur, Kultur, Kulinarik, Gesundheit und das Wichtigste, die Freundlichkeit und die Herzlichkeit der Menschen hier vor Ort. Natürlich der Kultur-Hotspots Gonarium, zum Energietanken, ein Spaziergang in den fabelhaften Kurpark oder natürlich auch der Eiskreislauf.